Hi, ich bin Pia und ich kann dir den Jugendaustausch mit Rotary nur von ganzem Herzen empfehlen. Ich war damals in Südafrika und es war einfach eine unfassbar geile Zeit. Du wirst ein Land auf eine Art und Weise entdecken, wie es dir im Urlaub niemals möglich wäre. Du lernst deine komplett andere Kultur kennen, du verbesserst deine Sprachkenntnisse und du kannst auch einfach eine tiefe Freundschaft mit Einheimischen aus einem anderen Land entwickeln. Und es ist eine Zeit, die ich nicht missen möchte und ich möchte dich ermutigen, auch daran teilzunehmen und diese Erfahrungen für dein Leben zu sammeln.